ja moin moin meine lieben zuschauer und zuschauerinnen und heute geht es weiter und dass ihr euch nicht wundert her gestern war er da und heute ist er da ja wir waren da gestern und ich wollte halt jetzt von denen hier alle noch mal die munition snacken dann gehe ich ja aus jux und laune mal rein und sehe hier toten geist wiederbeleben dann machen wir einfach mal so nur okay was das jetzt gebracht hat weiß ich nicht aber wir lassen uns einfach mal überraschen es kann ja nur für irgendwas gut gewesen sein ich glaube ich habe gerade da hinten sind gegner ich bräuchte man noch ein sniper da wäre vielleicht ganz in ordnung so eine distanz mit dem jetzt hier streit anzufangen ist vielleicht nicht so ganz praktisch aber frest du mal ja gar nicht so ab okay der ist da oben ist das feiner oh mein gott okay der war auf jeden fall nicht nein ich bin tot hüter gefallen kommt jemand und hilft mir ich glaube es nicht so was jetzt wir haben wir haben ja gar keine andere wahl als jetzt so wieder zu sparen wir waren hier ich komme trotzdem noch mal zu euch als ich angefangen habe bringt ihr auch zu ende okay so jetzt snack ich mir noch die ganze munition mal und ja dann muss ich mal schauen ob ich vielleicht noch irgendwas finde hier danke typ 3 cool es hat es hat tatsächlich was gebracht ich habe ein rüstungsteil gefunden kann ich das level 3 level 3 werden wir dann auf jeden fall uns dann erstmal gönnen sobald wir level 3 sind ja ihr kriegt mit ich schweift gerade ein wenig von der mission ab habt ihr das schon mitbekommen das nehme ich auch schon mitbekommen aber ich bin halt so typischer rollenspiel fan leute und will guck mal oh geil noch eins gekriegt ich drücke jedes mal in den linken noch eins gekriegt das können wir schon tragen ist sogar besser als das ist ja geil so ok seht da hat es schon gelohnt hier mal rein zu gehen weiter gehe ich aber jetzt nicht rein hä hä wieso sind die schon wieder da wieso sind die schon wieder da das verstehe ich jetzt nicht wo ist denn der elite da und da oben wie komme ich da hoch ich habe schon wieder was entdeckt leute ja so so gefällt mir das so muss das weitergehen ich muss hier irgendwie lang schon wieder da ok anscheinend wenn ich einen gewissen abstand gehe ich komme ja aber noch nicht hoch wie muss ich dort da hoch kommen wir müssen erstmal warte mal hier aufs rohr genau seht ihr ja tobi macht das schon ok das schaffen wir werde den jetzt schon wieder was achte mal hier lass mich doch mal ruhe oh der ist auch stärker irgendwie so gab es eine auf der umme wieso warte mal kann ich das vielleicht von hier irgendwie öffnen indem ich hoch spring come on yes gib her er hat geklappt finde ich auch schon wieder falscher knopf da war gut geklappt level 3 auch ok da haben wir auf jeden fall da schon mal einen neuen hell hier kommen schon wieder welche ok aber nicht so nett so der aber so und jetzt ziehen wir hier alleine wir farmen nämlich gerade ok gehört auch dazu denke ich mal aber naja so jetzt haben wir erstmal zwei oh mein gott ich habe keine granaten mehr finde ich ein bisschen doof ganz ehrlich mit den oh mit den regenerierenden granaten würde ich so oder so schon besser finden ganz ehrlich wenn man da lieber mehrere hat aber da eine begrenzte anzahl so ok haben wir hier noch jemand stress geben wir mal eine ganze hier wenn er irgendwo jemand so ok jetzt hat sie es ausgelesert schwer dort so wir müssen jetzt hier runter das haben wir natürlich das letzte mal schon versucht und diesmal machen wir es naja wir hatten halt nur mal eine kleine expeditionstour oh was ist das ok sammeln ok ok brettenthal ok für was das jetzt ist das what the fuck was gibt es ja alles noch für zeug gefällt mir richtig also ich bin von dem spiel richtig begeistert derzeit shooter technisch ja muss nicht unbedingt shooter sein aber was so was das geile dran ist das erinnert mich sehr an an borderlands und ich ja so dass so ein übelster borderlands noob war und jetzt hier diese sammeln items und sowas ist genau das wo drauf ich stehe ok hallo ok ist niemand deswegen werden wir uns natürlich auch ein wenig umschauen vielleicht wird er irgendwo eine kiste finden oder eventuell wird er so in irgendein sucher oder so man weiß es nicht oder vielleicht irgendetwas anderes eine karte des gesamten gebiets na komm lad mal runter denke ich mal oder zeig sie mir mal wir brauchen unbedingt einen warp antrieb damit wir zu jedem planeten oder mond springen kann den meisten jedenfalls unsere einzige hoffnung liegt am vortrat unseres schiffs wir müssen zurück ok wir müssen also jetzt zu der stelle zurück wo wir im part 2 schon waren also vor zwei parts kehrt zum dock 13 zurück und sichern dir dort ein ja wop antrieb für dein schiff ok was haben wir denn ach so ist nur eine lampe schade ich muss sagen die lichteffekte hier die sind schon echt geil gemacht und ich weiß ja nicht wie es auf der 360 ist oh was ist jetzt los die reale stand ist online ich glaub mal ich muss jetzt hier lang ich vermute das einfach mal ich hab keine ahnung ok auf jeden fall wieder sehr finster gefällt mir in einem ding gefällt es mir in einem ding nicht ich sag mal wenn die gegner kommen gefällt es mir nicht aber bis jetzt ist noch alles ganz chillig Tobi chill doch mal dein life man denkt nicht immer gleich an die gegner was ist das denn hier ok texturen die waren jetzt nicht ganz so bombe aber naja kann ja auch nicht alles perfekt sein ich bin ja so oder so nicht so so eine grafikhuche ich sag mal ich gucke lieber auf wo vielleicht man noch irgendwie höher springen kann das wäre eigentlich ganz nice wobei man aber schon eigentlich gut hoch springen ok das waren drei fragezeichen damit gehe ich mal davon aus dass die sehr stark waren und dass wir da nicht hin müssen ok wir haben uns jetzt erstmal die erste schelle kassiert mal einfach wieder so komm mit dir jetzt her die war dann gerade eben nicht hier haha bam so komm her und yes passt auf jeden fall oh wir kriegen bald ein level up Leute wir kriegen bald ein level up da bin ich ja mal gespannt bislang bin ich auch ganz zufrieden mit dem Sturmgewehr ey guckt euch das mal mit den Schatten an schön die weiblichen Formen ich halte so mein Sturmgewehr in der Hand habe noch meine Shotgun auf dem Rücken haben sie richtig geil gemacht also großes Loch schon mal an euch Spanschi soll nicht irgendwie geschleim oder sonst irgendwas sein es gefällt mir einfach das ist wirklich ein Spiel äh wo ich echt riesig Spott drauf habe und ich natürlich diese Beta noch suchen werde bis zum Gehtnast ja und ihr müsst nicht aufhalten werdet so es wird wieder tags anscheinend hier hinten wo er auf jeden fall ich höre das nehme ich wo ist der da ok hat sich erledigt bis auf diese Mut ok was ist das was machen die da komm wir gehen mal hin ok die schießen ey das gehört sich boah ich werde mir den Elite gegen abgeworfen ok immer erstmal auf die kleinen würde ich mal so behaupten hier habe ich keinen Schutz komm dann greifen wir einfach an was ich mehr haben so das wird jetzt unser Level Up werden hoffe ich zumindest das ist der Elite oder so ja der uns gleich umbringen wird ich muss erstmal in Deckung gehen oh mein Gott oh lad nach aber unser unser helfe ist wieder voll ok pass yes level off wie ich gesagt habe du noch und du auch noch wer nicht will der hat schon oh ich habe irgendwas Update freigeschaltet ok schweiz die Lastentier kommt ja einfach mal so plumpen im Raumschiff angeflogen ey wo muss ich denn jetzt überhaupt hin da habe ich gar nicht drauf geachtet bin ich seit wenn du jetzt schon richtig gelaufen oder so äh achso ich das ist das wieder wo hier hinten die Kiste war achso ist natürlich vor uns schon vorgelaufen das hat man schon äh Inventar wo ist sie hier da kann man ja nicht mal gut chillen man was geht mit euch ab so noch einer ich bin hier die Sean Darkman so schnell macht man mich nicht fertig außer der mit dem wenn man drei Fragezeichen müsste ey außer wenn man drei Fragezeichen hat und ich hier eine Kugel oder sowas kriege und einfach dort umfall das war richtig hart Leute deswegen finde ich aber geil dass man da jetzt nicht in jedes Gebiet schon rennen kann und dann ähm ja ja alles erforschen kann man muss halt erstmal gewisses Level sein um irgendwo hinzukommen finde ich gut haben sie sich auf jeden Fall Gedanken gemacht dass man nicht von Anfang an boah jedes Mal drüge stehen legen ne äh dass man nicht von Anfang an gleich ja in äh die ganze Karte auf deutsch gesagt erforschen kann sondern dass es auch mal noch ein paar andere Dinger gibt so gib mir den mal her jetzt haben wir einen schicken Goldhelm so das ist natürlich der der hat aber mehr Panzer hat ja vielleicht irgendwas anderes noch Panzerhandschuhe Panzer ne Titana wir müssen Kämpfer ok oh zerlegen achso das Zeug kann ich also zerlegen ok die Tänpanzerhandschuhe verzichten normalerweise auf Fingerhandschuhe äh ja Waffenhandschuhe ok ich hebe sie mal erstmal auf so jetzt gehen wir hier erstmal zu den komischen Updates oder was Updaten ja was ist das jetzt ich springe und drücke dann in der Luft erneut A um zu schweben zu aktivieren verknüpft mit A ok geil das machen wir gleich mal Rüstung hier Erholung illegal ok ok ja das ist ja mal geil seht ihr jetzt werde ich natürlich auch gleich mal hier hoch gekommen hallo wie jemand Stress ha 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 ich bin level über euch ich habe keine Schnitte gegen mich ok 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 den haben wir auch komm her Baby sonst schicke ich dir einen Luftballon runter ok komm wir gehen weiter Leute und ja lassen wir uns jetzt gleich mal überraschen wo wir jetzt wieder hinkommen hier hat man natürlich die Kiste ok da sind wir wieder scanne nach dem Warpantrieb schlechte Neuigkeiten ist schon in gefallenen Händen ah super ok wir müssen uns den Warpantrieb erstmal uns wieder freikämpfen ich will mich erstmal hier ok da komme ich jetzt nicht hoch ok das mit dem Chatpack oder so muss ich mich erstmal hier rein oder hier rein fitzen und dann gucken wie das läuft auf jeden Fall bevor wir hier weiter gehen hoffentlich bist du bereit eine Dunkelheitszone betreten indem du eine Dunkelheitszone eliminierst bekehrst ok und wie eliminier ich die wir werden die morgen eliminieren Leute ich würde mal sagen ich mache jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns dann im Part 5 wieder und dann sage ich hau zu rein und du liebes morgen